So, Tilti. Denn every round Tilti is a good round. Mois. So, wir spielen Solo und ist trotzdem gut was los in Tilti. Tilti! Spielst du mit Trigger Stops? Nein, Digga. Nee, 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 nee. Keine Trigger Stops. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Alter, hier sind einfach fünf Leute hier oben gelandet. Wow, sind hier viele Waffen. Oh, hi. Hier sind wir zu viele. Hey. Ich verstehe nichts mehr, Leute. Es sind so viele Steps und nichts mehr, was ich raffe. Oh mein Gott, überall Steps. Ich habe immer noch keine Materialien. Wie kann das denn sein, Alter? Immer noch keine... Ich komme hier nicht mal weg, Leute. Das ist doch Schwachsinn hier. Ja, natürlich ist hier auch noch eine Falle. Ich habe gar keine Bewegungsfreiheit, ne? Schön wär's. Wo ist mein Diglame? 135er. Down. Hi, Servus. Darf ich mitspielen? Hast Bock? Du denkst auch, dieses Stück Schrank ist unzerstörbar, oder? Wer fliegt hier mit dem Trampot rum, Alter? Oh mein Gott, der Hit war so fucking real. Nicht in die Falle! Bro! Er wollte es so. Er wollte es so, Leute. Oh, was haben wir denn hier? Minigun? Missy Minimoon? Rein da, wenn ich sterbe, sterbe ich. Let's go. Blitze, bleib hier. Geh nicht zu weit weg. Alter, du hast mir noch einen asozialen Burst gegeben. Der war überhaupt nicht cool. Der war überhaupt nicht cool. Wow. Ähm, Easy Gameplay. Yo, ich habe den Emote eingereicht. Ich versuche gerade, ich schaue mal, ob die, äh... Also diesen Nusskracker, den er mir geschickt hat. Ich schaue mal, ob der in guter Quali dann da ist. Wenn er free ist. Müssen wir dann in den nächsten Streams einfach mal schauen. Bin ich mir nicht sicher. Aber müssen wir mal gucken. Hier ist noch ein Gegner. Hallo? Mein Name ist Jeff. Wow, Omega mit Minigun in der Hand. Tigger, das ist die andere Orte. Natürlich baut er sich hoch wie so ein Dachs. Oh mein Gott, noch ein Omega. Gar nicht so gemeint, bro. Minigun Kampf. Ich bin der Sieger. Ich habe wenig Leben, Omega. Boah, aber auch, Alter. Sorry, dass ich so geschrien habe, Leute. Ihr habt euch bestimmt erschreckt. Ich habe den Kampf gerade gefühlt, Mann. Ich habe den Kampf gerade so hart gefühlt. Ey, hier ist noch jemand. Ich will nicht mehr spielen. Bitte. Wer hat sich erschreckt, seid herrlich. Ach, vierer Ping, so lobe ich mir das. Hunderttausender Leitung ist doch jetzt am Start, dachte ich. Let's go, let's go, let's go. So, der letzte Gegner, der über mir ist. Vielleicht ist der ein bisschen stärker. Und kann meinen Minigun Wahnsinn aufhalten. Wer weiß. Er kann, er kann, er kann. Er kann nicht. Er kann absolut nicht. Das war Son Gohan in seiner Endstadiumform. Son Gohan. Best man standing. Machen wir mal auf lustig hier. Ich fühle mich so ein bisschen nackt mit nicht 100 Leben. Oder Omega, was sagst du dazu? Fühle ich, fühle ich, bro. Kennt ihr noch den Berg, Leute? Schreiben wir mal bitte in den Chat jetzt, was das für ein Berg ist. Was hat der für einen Zusammenhang gemacht? Hey, da ist ein Lama. Bruder. Mach nicht mal einen Lama auf, Laumütze. Drei Jaggers? Blaumütze. So lobe ich mir das doch. Blau, hui, Mütze. Nice. Oh. Ja. Äh. Leute, was? Guckt euch das mal an. Dude. Ich brauche nur das hier. Das hier eventuell auch noch. Lecker, Schmecker, Leute. What the heck? Das habe ich auch so nicht gesehen. Ähm. Bitte spiel, mach kein 31er und hab nicht meine Minigun verschluckt, sonst bin ich traurig. Mach kein Scheißspiel. Bitte nicht. Das geht auch so im Backen momentan, dass Waffen im Boden verschwinden. Och, bitte nicht, Leute. Och, bitte nicht. Ich will nicht mit so Spaß die Waffen spielen. Das mag ich nicht. Minigun. Willst du irgendwo runtergerutscht? Nein. Da Spieler meine Minigun fressen. Hör auf, ich suche meine Minigun, Junge. Was ist eine Nervensäge? Ich fasse es nicht. Was, was mache ich jetzt, Leute? Ich habe die hier gejobbt. Hier. Genau hier. Ich weiß es. Ach, Minigun. Seht mal an. Aha. War im Boden verpackt. Oh, fuck. Der hätte mich die ganze Zeit treffen können? Haha. Ha. Ah, ja. Der Boden hat sie wieder verschluckt. Aber, ha. Ich habe es doch wieder. Alles cool. So, da hinten ein Gegner. Ich habe nur eine Minigun. Ich spiele nur Minigun, Leute. Nur Minigun. Ah, jetzt will mich hier jemanden pushen. Oder? Sonja. Sonja, bitte. Ich muss was klären mit dir. Sonja. Sonja. Warte kurz, Sonja. Okay. Ich muss kurz warte. Ah, es muss laden. Danke dir, Sonja. Ach, du hast auch eine Boogie Nade für mich. Perfekt. Bist ein Schatz. Vier Boogie Nades. Habt ihr eigentlich geschrieben wegen dem Berg? Ich habe es nicht gelesen. Das ist doch der Berg, auf den ich nie verliere. Für die, die das noch nicht wissen. Ich provoziere jedes Mal im Stream. Ich sage immer, auf diesem Berg verliere ich nie ein Game. Ich sage es jedes Mal aus Provokation. Und es ist bis jetzt nicht einmal passiert. Und ich warte auf das Schicksal, das mich vernichtet einfach. Das einfach sagt, nö, jetzt stirbst du auf diesem Berg. Und verlierst dein Game. Ich warte drauf. Ah, er macht schon todesernst. Du musst aber auch irgendwann nachladen, Bro. Irgendwann musst du auch nachladen, Bro. Ey, vier Boogie Nades. Und Minigun. OP. Die Gegner haben so Panik, wenn das passiert. Ich sage es euch. Geil. Ich liebe es. So, nächsten Jagger. Rein damit. 600 Minigun Moon. Nice, nö. So macht das Spiel Spaß, Leute. Ich empfehle es euch. Probiert es auch mal aus. Nennt es nicht immer zu ernst. Spielt auch mal mit Minigun. Nur Schallgedämpften, Waffen und sowas. Es macht einfach Spaß. Ey. Hey, du da. Carbite. Aber du musst auch irgendwann nachladen. Weißt du, was ich meine? Er ist der beste Spieler der Welt. Er ist drei Boogie Nades ausgewichen. Habt ihr das gesehen? Jeden Wurf, den ich gemacht habe. Jeden Wurf hat er zugebaut. Ey. Das Spiel endet sogar auf meinem Berg. Rein theoretisch habe ich gewonnen, Leute. Ich habe gewonnen. Ich kann gar nicht mehr verlieren, wenn ich hier chille. Ich habe zwar keine Boogie Nades mehr, aber... Wer braucht die schon? Auf diesem Berg, Leute. Wenn ich jetzt noch gewinne, dann will das... Ich spiele sogar mit Minigun, okay? Okay, die sind da hinten am fighten. Soll ich mich einmischen? Ich habe Bock. Ich habe so Bock, gerade auf diesen Baum zu gehen. Schön mit dem Jetpack keinen Stuhlschaden zu riskieren. Ah, ich treffe den Baum die ganze Zeit. Minigun! Er ist einfach lost. Er tut mir einfach leid. Minigun! Jetpack in diesem Modus! Ich liebe es. Es macht so viel Spaß, Leute. Äh, brauchst du mal? Danke dir. Ich muss wieder auf meinen Berg. Sag mal, habe ich die Festung da gebaut, Leute? Oh. Fettfinger-Modus. Habe ich die gebaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, ich habe das hier... Das habe ich definitiv gebaut. Ist das da neu, oder? Äh, mein... Nö, hä? Drei Gegner noch. Also, wenn die nicht auf diesen Baba Berg gehen wollen, dann weiß ich auch nicht. Jeder will auf diesen Baba Berg gehen. Ich darf jetzt nicht zu viel von meinem Jetpack fest schwenden, weil sonst ist mein Movement stark eingeschränkt. Fünf Trampos, Alter. Was soll man hier machen, Leute? Challenge nie wieder Boden berühren? Oh mein Gott, hätte ich jetzt noch einen Zusatz, Jetpack. Dann würde ich da sowas noch machen. Headshot. Hit. Hit. Hit, hit. Eliminiert. Ah, er ist hochgegangen. Klubes Köpfchen. Ich liebe es. Es macht so viel Laune, Leute. Es macht so viel Laune. Last Man Standing. Der Berg, auf dem ich nie verliere, werde ich jetzt doch verlieren beim letzten Gegner. Man weiß es nicht. Ich provoziere gerne das Schicksal. Nein, bitte. So, dann muss ich jetzt hier einen Trampo bauen. Von dem Trampo auf das, von dem Trampo auf das. Und dann gucken wir mal weiter. So. Wir haben ja genug Trampos. Das ist die Fliegenrunde. War nicht ganz sauber. Ich versuch's nochmal. Ah, es klappt nicht. Da hab ich kurz was verpeilt, aber zum Glück hab ich noch ein Jetpack. Nee, klappt leider nicht. Scheiß drauf. Da hätt ich jetzt kein Jetpack fähig gestorben. Na, das wär's dann wirklich. Irgendwas sagt mir, der ist hier drin. Kurze Stille. Alter, da seht ihr, dass sie wenig Schaden die macht. Ach, da ist er doch. Was sag ich, Leute? Was hab ich gesagt? Der Berg, auf den ich nicht bin. Ich verliere. So eine geile Runde. Ach, du Scheiße. Diese Runde war einer der spaßigsten Runden, die ich bis jetzt hatte. Ohne Scheiß jetzt. Probiert es aus, Leute. Spielt einfach nur Minigun. Nehmt es nicht so ernst. Spielt einfach damit. Auch wenn ihr mal auf die Nase kriegt. Ich hab auch öfter auf die Nase gekriegt, wenn ich mit Minigun gespielt hab. Aber es macht Laune. Es macht mega viel Spaß. Probiert es aus. Ohne Scheiß jetzt. Vertraut mir doch einfach.